Mist, viel bunter taucht der Hugo auch mal unter. Untertitelung des ZDF, 2020 Na also los, wir versuchen's noch mal. Tintentrolle sind jetzt ganz groß in Mode, oder? Zweimal ist der Troll versoffen. Aber ein Versuch ist nun noch offen. Fieser Fischgestank, was ist denn das hier für'n Tank? Tja, jetzt tat sich's erst mal an.